Ich weiß nicht was... Ich weiß echt nicht was ich skillen soll. Ja, jetzt gehen wir wieder zum TK. Wir müssten weiter, wenn du L drückst. Skill auf Elementar rein. Ähm... Ach nee, ähm... Ich würde das ständig verwechseln, ey. Mh... Wir müssen jetzt gucken, welche Quests wir machen. Weil die eine Quest, da müssen wir in so ein Lager gehen. Oder es ist ein Level 13er-Mob oder 12er-Mob. Und es ist ziemlich böse, wenn wir da hingehen. Ach, mach mal locker. Jo, mach mal. Auch wenn ich als Klotz am Bein wahrscheinlich die ganze Zeit sterben werde, aber egal. Ja, nee. In so Situationen sitzt du hinten, die Sirene in der Mitte und ich nach vorne. Und haut drauf. Und ich sitze die ganze Zeit da und mache Wiederbelebung. Genau. Deine Hauptaufgabe. Mir lebt die gefallenen Krieger wieder. Das ist voll witzig. Wenn einer tot ist und die Monster alle auf den Akku haben, dann kannst du nicht wiederbeleben. Wie du Bock hast, egal wie viele da rumstehen. Was du auch nicht vergessen, das ist, du kannst halt, wenn du eh gedrückt hast, aber um mich rumlaufen, hüpfen. Bloß nicht schießen und Waffen wechseln. So was darfst du nicht machen. Dann bricht das ab. Aber halt um mich rumlaufen, hüpfen, etc. sowas, das kannst du schon machen. Ist ja auch voll geil, du tust deinen Bandagieren und im selben Moment schießt du auf ihn. Wir müssen ihn ja anschauen dabei. Ich würde sagen, wir machen zuerst hier die Quest. Dann müssen wir wieder hinten in das Lager ran, wo wir eben waren. Dann steht die, die erst mal Buggy bei mir war. Jo, genau. Die Quest hier ist zwar wieder so ein, da musst du so acht Blumen sammeln. Davon sind aber genau nur acht Blumen da. Heißt also jetzt, wenn irgendwer von uns einen Disconnect hat oder sowas und dann sammelt einer die Blume ein, dann sind acht weg, aber er hat sie nicht. Dann muss er im Singleplayer-Modus die Blume einsammeln gehen, damit er sie Multiplayer abgeben kann. Das ist voll blöd. Das ist verdammt um. Oder er müsste es hosten. Weil in seinem Spielstand hat er es ja möglich. Ja ne, das passiert nicht. Das ist nicht disconnected. Och, das passiert schon. Un-aimed getroffen hier. Oh. Ich bin so Pro. Ich muss noch mal zum Munition sein. Zum Beispiel. Ja, ich hol mir auch mal Munition. Tapp. Nein. Du hast davon angefangen. Nicht meine Schuld, wenn ich's ausprobiere. Was? Tapp drücken, wenn die Reise läuft. Ich hab's auch gemacht. Ah, hab ich gar nicht mitbekommen. Er hat ja die Reise gemacht. Er hat ja die Reise gemacht. So, ähm. Sniper-Refel bitte. Mehr maximale Munition. Hurra. Und Repeater-Pestel vielleicht noch. Ne, ich bin der einer, der auf Revolver spielt. Boah, ich kann so viel skillen und hab ich kein Plan, was ich skillen sein. Du musst trotzdem immer alles Munition haben, wie gesagt. Der Berserker hat so viel. Mit steigert das, steigert das, steigert das. Der hat nur sowas. Das ist schlimm. Ist doch gut. Wenn man ganz viel Scheiß steigern kann. Gibt's Schmeldi-Kamente. Ja, gibt's Schmeldi-Kamente. Unzerbrechlich, das ist ein Diamant abgebildet. Gefällt mir. Ich spare mein Geld jetzt auf ein gutes Schild und verkauf mal den ganzen. Hä, ich könnte mal verkaufen, das ist eine gute Idee. Ich vergesse es ständig, dass ich hier verkaufen kann. Es gibt Schläger, Panzer und Sprenger. Ich würde mal eiskalt behaupten, dass Panzer ein bisschen tanken ist. Ich weiß nicht warum. Ne. Wie komm ich drauf? Was war das? Was war das? Das ist so eine... Das war das. Eine Bischkette. So, so. Ich weiß noch, wo ich beim letzten Mal hier rumstand. Da war so ein goldenes Ding auf dem Boden. Hä, was ist das, was ist das? Einer kommt hin. Ninja. Ja, das war das Legendary. Was Riko genießt hat. Was sie mir natürlich nicht sagt, bevor er ist Ninja. Ähm, Leute. Guck mal die Level von denen. Nein, nein. Und? Sechs. Ne, von dem da vorne. Oh. Ähm. Gibt's ein... Ach, das passt schon. Bumm. Bumm. Am besten rushen wir einfach wieder durch und sammeln die... Ne, ne, ne. Ich prügele die schon um. Da von hinten kommen die auch auf. Die ganzen Sechser-Ide. Ich halte euch mal hier einfach auf. Ja, Sechser. Äh. Boah, die müssen mich einmal treffen. Die haben Schmuck den ganzen... Jo, das ist... diese Level 9. Das Prinzip... Mag ein Galeswalker am Anfang überhaupt Schaden? Nur zur Seite laufen. Boah, wenn ich die in den Mund treffe, dann mache ich dann kritisch 200 plus Schaden. Das Prinzip ist extrem. Wenn die Viecher nur meist ein oder zwei Level höher sind, könntest du schon Probleme bekommen, um zu töten. Man sieht's ja jetzt hier grad so schön. Die sind Level 9. Ausbruchseitimarkiert und... Ich hab mich hier mit drei Level 7ern rumgeschlagen. Ich hab hier übelst viele Neuner gekillt. Was soll ich denn machen? Soll ich ein Tank machen, oder? Ich könnte mich mal aufheben. Was könntest du mal machen? Ach, du bist so aus. Ach. Dann sterb ich aber. Jetzt lebst du aber wieder. Jetzt kann ich dich nicht mehr auf. Mein Leben steht über deinem. Hier, die Pflanzen. Ah, sie hat das schon eingesagt. Ein Medi-Kill. Ich schreib mir die ganzen Medi-Kills. Ich kann im Facebook nicht laufen, kann das sein. Äh, springen. Nein, kannst du nicht. Hier, da, da hast du nie. Guckst du. Guckst du den Level 9er hier. Lauf hier am besten. Versuch einfach durchzulaufen, die gar nicht erst zu killen. Wir geben uns aber EP und du stirbst. Und wenn du sie nicht killst, kannst du sie nicht einmal tragen. Hol ihn hoch. Das sieht so geil aus. Ich hab zwei Schläge. Einmal so einen Spam schlagen und so einen härteren. Oh. Oh. Alter. Folgen mich. Hilfe. Ich komme. Ich helfe euch. Ich mache euch alle tot. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Okay, ich helfe dir. Das sind weniger Mobs. Oh, okay. Problem. Helfen wird jetzt schwer. Hilf mir. Hilf ihm zuerst. Ja, schau dir. Du hast ja stört und falsch. Nicht drauf schießen hinter ihm. Bis spät. Ah. Ich glaube, wir sind in einer Situation irgendwie. Na komm, das Freespawn bringt ja nichts. Ich schaff das noch. Nee, ich schaff's nicht. Weeeey. Ich lebe. Facewalk on. Tschüss. Wir machen zuerst die mit den Datenscheiben-Dinger. Kriegt der ab? Okay. Die Blume? Ich mache mal lieber Tank. Ich denke mal, das bringt mehr, oder? Habt ihr die Blume abbekommen? Ich habe vier von acht Blumen jetzt. Wunderbar. Jo, ich auch. Oh nein. Was? Nicht runtergehen. Lass hier oben bleiben. Die gehen jetzt die Dinger einsammeln, wenn der wieder hier ist. Nein. Und so geht's mir im Normalfall auch immer wie. Ich bin am Dauerstellen. Ich spawne doch. Du kannst halt auch nur begrenzt sterben, wenn du immer nacheinander ganz oft stirbst, despawnst du am Anfang direkt. Hm, nicht wirkt sich. Das ist eher, wenn du quasi, wie soll ich jetzt sagen, der Begriff dafür jetzt gerade nicht ein. Wenn du irgendwie liegst... Ach man, ich komme da nicht drüber. Du sollst ja nicht runter. Du sollst ja umlaufen. Du bist so schnelle Laufanimation. Wenn du quasi jetzt auf dem Boden liegst und du brauchst Hilfe und du das jetzt mehrfach hast, direkt einander, sag mal sechs, sieben Mauderlust, dann ist es irgendwann, geht das immer schneller von Zeit zu Zeit. Wir könnten alternativ nochmal ein Eintaus umlegen gehen jetzt. Und können wir nochmal XP. Können's probieren. Ja. Ich brauche nochmal die Feuerpistole. Ob wir jetzt keine Monizander haben. Ne, die Mobs sind ja irgendwie ein bisschen zu hoch. Die sind Level 9 und Level 6. Mindestens Level 7, würde ich sagen. Und sonst ist das was. Die kamen doch irgendwo Vögel, oder? Mh, wenn du hochläufst. Alter! Mehr noch 3 Tökel! Hilfe! Hilfe! Der rennt vor! Kümmer dich nicht drum. Kümmer dich doch drum. Kümmer dich doch drum. Kümmer dich doch drum. Ich hab einen getroffen. Das ist ein Goldener. Komm! Lass den da mal machen. Hilf mir. Wie komm ich da hoch? Wie lang laufen seitlich? Und versuchen nicht unterwegs zu sterben. Das kommt auf einmal Rush-Träger. Der kann ich nicht lang. Ich treff die da oben. Legens rechts von dir kommt ein Mob. Oh mein Gott, Tom. Oh mein Gott. Hab weh. Du sollst schon snipen, aber immer bei uns stehen. Wenn du stirbst, wir dir helfen können. Ja. Jetzt kommen die irgendwie alle an. Und das ist ziemlich uncool. Das sind locker 6 Sieber. Hab sie. Glaubt um euer Leben. Was ist hier ein Problem? Wir haben 5 Mobs auf einmal oder so. Es gibt EP. Alles was EP gibt, ist gut. Ja wenn ich in den Berserker... Du musst nur einmal hinter mich gucken, Alter. Dann wirst du dir was abgeben. Oh mein Gott. Alter. Alter, das sind 5 Wunde, Mann. Ich bring die mal mit. Die sind dann im Spawnraum stehen. Kein Wunder, das ist irgendwie... Jetzt sie von allen Seiten kommen und so mal treffen. Boah, jetzt geht's ab hier. Alter, helft mir. Ach, ich komm mal einen Fein benutzen. Boah, Alter, helft mir. Guck mal hinter mich. Ist alles angekommen. Ich boxe hier alles um, so kein Ding. Es macht so verdammt viel Spaß. Es gefällt mir noch besser als die Sirene, ganz ehrlich. Nee, tch. Ich hab den Berserker ja auch einmal auf... ehh... Wenn man's richtig macht, dann ist das... macht das auch Spaß. Also ich meine, du kannst nicht egal sein. Ich meine, du kannst nicht... Warte mal ab das erste Dungeon nachher bei... Bei Mo und... Marley. Ach komm, lass mal hochgehen, jetzt ernsthaft. Das ist... Die hab ich doch grad schon geholt, die Datenscheibe. Das sind aber zwei. Weil du hast nur geholt. Ich blick gar nicht, was wir hier bauen. Du hast nur. Aber das ist ja völlig weg. Ja nee, wir müssen jetzt... Rechts, Chris und Magen zeigt... Wenn einer von uns quasi... Nee, doch in dem Fall, weil ich glaub der Lead-Bin ist... Der Lobby-Lead-Bin. Äh, ich weiß es nicht. Wenn ich eine Quest auswähle, kriegst du die Rechts immer angezeigt. Und das grüne Ding unten, wenn du dich drehst mit Norden, Süden, Westen, etc. Zeig dir an, wo du es ist. Das grüne ist halt die Richtung. Das heißt, wir dürfen... Wie machen diese Pacefog überhaupt Schaden? Können hier unten. Das kommt später noch. Das macht so gut wie keinen Schaden am Anfang. Dass wenn du dann in den Facebook gehst, du irgendwie so und so viel Schaden machst. Ich glaub der eine liegt da oben bei dem Kombi-Krisen-Skuck, der da rum ist. Du musst ja auch würden, oder? Die Kast haben wir. Warte, ich kann's dir sagen. Ähm... Ja genau, das Bein müssen wir von dem Schaden einsammeln. Ich so close auf Klebe. Wenn du das was... Das ist halt so Munitionsplank, womit du eine Granaten fernern kannst. Klebe wird halt dann, dass die Dinger an ihn kleben bleiben, wenn du triffst. Das ist doch nicht schlecht, oder? Der Federer gibt diese Farb da in diesen Gang. Die schmeißen die Farben sich ganz für den Gegner. Mensch! Oh, ich will den Mund schießen. Das kritische Treffer. Mund auf! Oh! Das ist gar nicht mehr so einfach, die Dinger zu treffen. Das ist gar nicht mehr so einfach, die Dinger zu treffen. Und level up. Ich mach dich tot, Junge. Ich muss definitiv mir mal ein bisschen Skill zulegen. Das ist ja peinlich, was ich hier zeige. Ach! Das ist ja kein Weltuntergang. Zyrox ist tot! Ich rette dich! Anfangs ist der einfach nicht so wirklich Pralle. Du machst keinen Schaden, du traukst und nix. Eigentlich braucht man dich dran. Werder ist das wirklich zu tunvoll? Werder geht der wirklich ab? Ich mach gar nicht mal 50 Schaden, wenn ich so einen Dinger treffe. Wir sollten übrigens nicht zusammenstehen, wie wir es grad getan haben. Ja! Ich mach auch nicht wirklich viel mehr damit. Ich mach auch keine Munition mehr. Der mich macht den Schaden voll langsam. Ja, wenn du später richtig triffst. Warte, Rico falsch! Der ist doch hier. Wir brauchen mal die Datenscheibe. Warum sind Vögel? Ich muss erst die Datenscheibe einsammeln. Weil es tonnenweise Vögel kommen, die uns alle hauen. Oder ne, die haben uns ganz dolle lieb. Alter, das sind die ganzen Viecher, die wieder unten am Boden hochlaufen. Boah, start schon, dass ich da irgendwo runterkomme. Sag bitte. Wo bist denn du? Du hast ein blaues Auge, Alter. Das ist was anderes, was ich jetzt grad nicht aussprechen möchte. Ich bin gleich tot. Wo seid ihr? Wo bist du, du? Ach, da bist du. Okay, ich bin tot. Aber ich muss keine Munition mehr. Die Vögel haben mich die ganze Zeit attackiert von oben. Helf ihn mal auf und ich zerbocke die Vögel, wenn die kommen. Der ist von oben, da hat ein Vogel gekillt. Da hinten ist er aufgeblasen. Lol. Das hab ich dir auch gesagt. Was? Siehst du meine Faust? Habt ihr's nicht gehört, wenn das gesagt wird? Nee, ich auch nicht. Warte mal, was war das? Ich tu die Mausreflex aufheben. Das ist so kein Ding. Das ist ein Riffle. Wollt ihr? Nööööö. Ich brauch den Scheiß nicht. Ich brauch nur Granaten, Rocket Launcher und Shorties, denk ich mal. Ja und ne, die fetten Riffle zwischen da. Und auch so dein Ding. Obwohl, ich weiß ja nicht, aber ich hab ja... Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt brauch. Muss ich mal gucken. Warte mal. Cover mich mal. Mg wär für dich eigentlich ganz praktisch. Oh god. Ist halt ordentlich. Ist halt noch nicht elemental. Was ich jetzt skille 99% der Dinge nur, wenn du Nahkampfschaden machst, dann und dann immer so weiter. Halt da Sniper, Muni alle. Neun Muni noch für das Maschinengewerd. Das heißt, der Beserker spielt viel über Prox oder was? Das ist Witz. Ich spiele nur mit Melee-Hits. Ich hab keine Muni mehr. Ja, ja. Das Melee-Hits, wo du dann Prox bekommst. Melee, Melee, Melee. Ich hau dir mit dem Gesicht. 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 Geht schon mit dem Falschen? Soll der mich vielleicht mal aufhebt, oben bei. Ich hab eh keinen Nutzen ohne Muni und ohne Schaden, den ich verursachen kann. Ich hab irgendwie extreme Munitionsprobleme. Jo, normal. Ja, ich hab nur noch meine Pistole hier. Wenn man die Upgrades anfangs nicht hat, dann mit der Munition, dann hat man die wirklich. Na gut, du kriegst das Spiel ja sogar Legendary Upgrades. Und wir haben ja nur irgendwie momentan jeder von uns eine bis zwei Waffen. Dann ist das schon mit der Munition relativ... Das ist ne anständige Küste. Ich schau mal, was da für Waffen drin sind. Gar nette Linien. Das ist ne Shotgun und Double Repeater. Das ist genau dieselbe, die ich hab. Na dann. Sniper Muni, die brauch ich. Ja, ne, will ich nicht. Obwohl, doch gibt's Geld. Komm dir. Ich muss mir grad noch die ganzen Muni mitkennen lassen. Combat Riffle brauch ich. Jo, hier oben liegt auch noch Muni. Ich hab im Moment echt gar nichts. Sind doch immer außen rumgelaufen, ne? Wo außen rum? Ja, hier so außen rum, ne? Du kannst hier erst hoch, wenn du den gekillt hast, dann geht das Teil runter. Achso, okay. Ich wollt grad sagen, Alter. Jetzt darf mir die auch kaputt bekommen, die Feature. Ist immer Level 7. Zwei Level gehen noch. Irgendwie spawnen nur bei dir irgendwie grad kleiner. Ich hab Angst, dass wir jetzt schon draußen sind. Warte, lass mal auf Tom warten. Der Schaft hat schon. Ich glaub nicht. Ne, der Schaft hat nicht. Das ist ein Jäger. Das war auch leicht ironisch gemeint. Es freut mich, dass er so viel Vertrauen in mich hat. Joa. Ich hab das Gefühl, es gibt ein Limit, wie viel aus so'n Ding spawnen können. Ne, oder? Mist, wie schon. Der geht noch, der steigt wieder dull. Ich mach das lieber mit der MG, das bringt's zehnmal mehr. Komm, jetzt geh' mir hier! Holle, Sniper! Jetzt find' ihr an, töte! Was ist echt typisch? Jo, ich dachte es mir auch grade. Hallo. Also ich muss grad den hauen, der mich vandaag hast, irgendwannelyn kann ich euch schratzen. So. Immer schön hinter die Mops, also hinter einstellen.